Sie hören Die Unzertrennlichen von Simone de Beauvoir mit einem Nachwort von Sylvie Le Bon de Beauvoir aus dem Französischen von Amélie Thoma. Gelesen von Birgitta Assheuer. Ein Hörbuch des Argon Verlags in Zusammenarbeit mit dem hessischen Rundfunk. Für Zaza. Wenn ich heute Abend Tränen in den Augen habe, ist es dann, weil Sie tot sind oder weil ich lebe? Ich sollte Ihnen diese Geschichte widmen. Aber ich weiß, dass Sie nirgends mehr sind, dass mir nur der Kunstgriff der Literatur erlaubt, hier mit Ihnen zu reden. Im Übrigen ist dies nicht wirklich Ihre Geschichte, sondern nur eine an uns inspirierte Geschichte. Sie waren nicht André, ich bin nicht diese Sylvie, die in meinem Namen spricht. Kapitel 1 Mit neun Jahren war ich ein sehr artiges kleines Mädchen. Das war nicht immer so gewesen. In meiner frühen Kindheit stürzte mich die Tyrannei der Erwachsenen bisweilen in derart blindwütige Raserei, dass eine meiner Tanten eines Tages ernsthaft erklärte, Sylvie ist vom Teufel besessen. Der Krieg und die Religion bezwangen mich schließlich. Ich bewies sofort mustergültigen Patriotismus, indem ich eine Zelluloidpuppe Made in Germany zertrat, die mir im Übrigen nicht gefiel. Man erklärte mir, es hänge von meinem guten Betragen und meiner Frömmigkeit ab, ob Gott Frankreich retten würde. Da gab es keinen drinnen. Singend und die Ori-Flamme schwenkend schritt ich mit anderen kleinen Mädchen durch die Basilika von Sacré-Cœur. Ich begann ungeheuer viel zu beten und fand Gefallen daran. Abbe Dominique, der Geistliche des Collège Adelaide, stachelte meinen Eifer an. Im Tüllkleid mit einer Schalotte aus irischer Spitze auf dem Kopf nahm ich die Erstkommunion entgegen. Von diesem Tag an konnte ich meinen kleinen Schwestern als Vorbild dienen. Der Himmel gewährte mir dafür, dass mein Vater wegen einer Herzschwäche ins Kriegsministerium versetzt wurde. An diesem Morgen jedoch war ich schrecklich aufgeregt. Es war der erste Schultag nach den Ferien. Ich konnte es kaum erwarten, wieder ins Collège zu gehen, mit seinen stillen Korridoren, dem milden Lächeln der Fräulein und dem Unterricht, der feierlich war wie eine Messe. Die Fräulein trugen lange Röcke und hochgeschlossene Blusen. Und seit man einen Teil des Gebäudes in ein Lazarett umgewandelt hatte, waren sie oft wie Krankenschwestern gekleidet. Mit ihren weißen, rotbefleckten Schleiern sahen sie aus wie Heilige. Und ich war gerührt, wenn sie mich an ihre Brust drückten. Hastig schlang ich die Suppe und das Graubrot herunter, die die Schokolade und die Brioche von vor dem Krieg ersetzt hatten, und wartete voller Ungeduld, dass Mama meine Schwestern fertig anzog. Wir trugen alle drei azurblaue Mäntel aus echtem Offizierstuch, die wie Soldatenröcke geschnitten waren. »Seht nur, sie haben sogar einen Halbgürtel hinten«, sagte meine Mutter zu ihren bewundernden oder verblüfften Freundinnen. Auf der Straße nahm Mama die beiden Kleinen an der Hand. Mit finsterer Miene gingen wir am Café La Rotonde vorbei, das vor kurzem unter viel Radau im Erdgeschoss unseres Hauses eröffnet hatte und das, wie Papa sagte, eine Defetistenhöhle war. Das Wort machte mich neugierig. »Defetisten sind Leute, die an die Niederlage Frankreichs glauben«, erklärte er mir. »Man sollte sie alle erschießen.« Ich verstand das nicht. Man glaubte doch nicht mit Absicht, was man glaubte. Konnte man etwa für bestimmte Gedanken bestraft werden, die einem in den Sinn kamen? Die Spione, die Kindern giftige Bonbons schenkten, oder französische Frauen in der Metro mit vergifteten Nadeln stachen, verdienten den Tod. Aber bei den Defetisten war ich mir nicht so sicher. »Mama«, fragte ich gar nicht erst, sie antwortete immer dasselbe wie Papa. Meine kleinen Schwestern gingen langsam. Der Zaun des Jardins du Luxembourg schien gar nicht mehr aufzuhören. Endlich schritt ich durchs Schultor. Während ich die Treppe rückte, »Jer1«, Jan 1. Ich habe die Treppe rückte, »Jer2«, Vielen Dank.